Ja, falsch. So, jetzt komm ich aber mitten. Wir enden die Aufnahme da auch mal so langsam. Ich glaube, da kommen die verständlich. Wir sind schon mehr wertvoll. Nee, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Wo bist du? Äh, hier oben auf dem Berg. Ah. Bist du hier? Da. Nee, nee, komm mal her. Oh nein, ich weiß, was du vorhast. Warte, ein zweites fehlt noch. So. Ja, warte mal. Ich werd mal so ganz viele MC da reinlaufen. Es gibt nicht mehr viele. Oh scheiße. Warte, weg hier. Wir sind gar keine mehr. Doch, davor ist Wernngart. Warte mal, an denen kussel ich mich an. Oh ja, das könnte spannend werden. Äh, hinten mach ich am meisten Schaden, ne? Ja. Aber wo weiß, setz dich rein. Nein. Setz dich rein, setz dich rein. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. So, und jetzt noch ein schönes T-Banging. Yeah, tue, 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 tue Bro. Alter, wie krank das aussieht. So, das ist doch ein guter Abschluss. Ja, und damit auch war's das. Wir sehen uns vielleicht in dieser Woche. Ähm, nächste Woche. Werde ich eh mal aufnehmen. Aber vielleicht nochmal davor, weil mir die Folgen wahrscheinlich davor ausgehen. Und dann würde ich auch sagen, bis dann, ich hab eh ne Waffensperre. Ich kann nicht mal mehr messern. Das ist schon echt bitter. Ja. Das war jetzt sowas von klar. Das musste sein. Wo mein schönes T-Banging. Hast du. Ey, meine Leiche liegt da vorne, ne? Nein, die liegt da, wo ich bin. Nein. Doch, bei mir schon. Oh, Mann. Ey, ich frech mich jetzt noch zu dritten oder lauf ich mit C4 voll in dich rein. Na, haha. Haha. Was, hast du überlebt? Was? Haha. Du, du wütter. Nein, das ist von eben. Ich hab's überfahren, überfahren. Haha. Oh, mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Zugell. Ah, haha. Banner. Der hat mich gerade auch überfahren. Oh, der Schluss ist ganz epic. Ja. Oh, der fährt ein Vanguard. Hast du nur C4? Da kommt ein Vanguard. Geil. Kann ich doch nochmal machen. Hast du C4? Ja, aber geil. Meine Ausstattung ist sehr aktiv. Okay. Oh, Mann, Leute. Es. Da kommt nichts gescheites raus. Entschuldigung, aber. In Planetside muss es einfach so ein Scheiß auch sein. Komm mal mit, Felix. Komm mal mit. Ich lauf dir schon hinterher. Ich mach das jetzt auf meine Art. Das war der von eben. Hast du eigentlich immer noch keine Waffenschwerde? Das kann doch... Irgendwie nicht. Langsam nicht mehr sein. Oh, der ist dauer, der Typ. Ich kann noch nicht mal mehr das Spawnleuchte setzen. Der ist dauer, der Typ. Das hat einfach gesagt. Oh doch, der ist dauer. Hi. Haha. Einen Schluss habe ich noch. Ja, aber der hat zu viel Leben noch. So, Waffensperre, geil. Ja, der hat mich geblieben. Oh, kommt dran, nein. Boah, jetzt macht er. Nein, nein, dieser Typ, der klingt mich schon wieder. Und er versucht es zumindest. Oh Gott, oh Gott. Eigentlich müsste jetzt meine Waffensperre nochmal deaktiviert werden, damit ich an den C4 anbringen kann. Das wäre... Hallo, komischer Schüß. Mobbing. Mobbing. Äh, Mobbing. Alter, was messerst du mich, hä? Hast du Stress, hä? What are doing? Boah, jetzt reicht's aber. What are doing? Oh, Waffensperre, dann wird's in die Aktion. Haha. Uuuuuh. Ich weiß doch nicht mal, wo der Typ hin ist. Oh no. No. What are doing? Oh man, ey. Wo ist der Typ? Läuft da vorne. Nein. Nur mit dem Fahrzeug. Oh, ja. Oh, ja. Ja, du überreust ihn wahrscheinlich wieder. Ey, du beschützende Scheiß-Ausstattung. Ja, Waffensperre wird nur deaktiviert. Yay. Geil. Geil. Alter, wir kommen nicht los von der Aufnahme. Ne. Wir kommen nicht mehr davon runter. So, jetzt Roadkill hier, ey. Roadkill. Nein. Nein, das läuft wieder hoch. Nein. Nein. Gut, dann eben auf die langweilige... Nein, was ist der Typ? Ich hätte noch einen Schuss gebracht. Yeah. Ja. Da sind wir. Und die Welt gehört hier. Ja, endlich. Endlich kam der Satz wieder gerade rüber. So, ich... So, Leute. Warum ist die Sperre auch immer so schnell los? Nee, die krieg ich definitiv nochmal schnell los. Das war's dann aber auch, Leute. Viel Spaß. Abonnieren, favorisieren, Daumen hoch. Macht... Wenn's euch gefällt, macht das. Freut uns. Weiter empfehlen, wäre auch cool. Wir sehen uns dann eben in der nächsten Aufnahme wieder. Ey, der Wengard kommt wieder. Und ich hab' den Waffensperre. Das ist jetzt so scheiße. So, egal, Leute. Ja, ciao.